Und der Juni ist immer noch voll erfolgreich für mich, deswegen bleibt es hoffentlich auch so, wenn ich jetzt gleich die Frage für die Kernprobe erblicke, erspähe, wenn ich die Nerdquiz-Kalender in die Kamera halte. Dann kann ich es nicht lesen, weil es Seitenverkehr ist bei der Aufnahme, aber ich lese es mir jetzt gleich vor. Welcher Schauspieler stand Pate für den Protagonisten von Brutal Legend? Brutal Legend? Brutal Legend? Egal. Jack Black. Jablinski himself, natürlich. Und es ist Jack Black. Er hat es auch mal selber gespielt in Jablinski Games, auch wenn ich es schon seit langem nicht mehr richtig zugesehen habe. Es war auf jeden Fall mal witzig, ob es es noch ist, ich weiß es nicht. Und ich treffe den Ausknopf nicht.